Hallo, ich bin der Albrecht Engel vom Weingut Engel. Im Glas habe ich gerade unseren Grauburgunder. Das ist ein kräftiger Grauburgunder, den wir auch zum Teil in großen und kleinen Holzfässern vergehen. Hat eine schöne reife Aromatik in die Apfel- und Birnenrichtung und durch den Holzfassausbau noch so eine ganz feine Röstnote im Abgang. Untertitelung des ZDF, 2020